Yo Leute, was geht ab bei Baumstadt und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr habt es gerade schon an diesem erotischen Schrei gehört. Neues Video! Oh, Juhu, endlich darf ich mit dabei sein, bei der auf dem Kanal. Was genau meine Freunde? Ja, ich bin gehypt. Ja, ich merke schon, wir sind auf jeden Fall gut gelaunt. Willst du nicht mal die Leute sagen, was wir heute machen? Ja, wir machen heute noch mal ein Try Not to Love Battle. Haben wir schon tausendmal gemacht. Und ich glaube, du hast noch nicht einmal gewonnen, oder? Hä, klar habe ich gewonnen. Letztes Mal. Zu 100 Prozent. Sicher? Aber es ist auch alles egal, was du vor ein paar Tagen war. Ich habe so eine Granate. Du kippst aus deinem Stuhl, Mann. Oh mein Gott. Leute, heute habe ich Clips dabei. Die habe ich erst sogar noch Freunden gezeigt, damit die sagen, okay, die sind wirklich lustig. Bevor ich dir jetzt ein Video nehme. Und ich werde dich mitzahlen reißen, Digga. Deswegen, komm, Alter. Also ich sage mal so, ich habe einen harmlosen, ja. Mit dem müssen wir auch direkt starten, weil der soll so ein bisschen das Video in Gang bringen. Verstehst du? Und dann erst mal einen harmlosen, Digga, und dann zwei Granaten. Ja, okay, komm, dann hauen wir raus. Okay, bist du bereit, ja? Ja, schick mal den ersten her. Schon mal gespannt. Ich schicke dir den ersten rüber, Digga. Das ist auch direkt das erste. Direkt das erste? Direkt das erste geht auch nur ganz kurz, einfach um ein bisschen zu starten, Digga. Okay. Sag, wann ich Lust soll. Ich mache einfach ein 3, 2, 1, go. Start. So, kommen wir rein. And it starts right now. Start jetzt, Digga. Ich habe schon gestartet. Ja, ja, und? War gut, ne? Ja, war okay, Digga. War ja einfach nur so ein Aufwärmer. So ein kleiner Aufwärmer. So ein kleiner Schmunzler. Ich starte jetzt und einfach direkt ins Wasser. Bro. It starts right now. Egal, pass mal auf. Komm, ich fang einfach... Erstmal so, erst mal weißt du, das ist so wie Dehnung beim Fußball. Weißt du, zuerst dehnst du dich und dann fängst du so an. Alles gut, Digga. Klick mal auf den nächsten, der ist ein bisschen härter. Ja, ich steck jetzt drauf, okay. Ich schwöre euch, ich hoffe, du kennst den nicht. Der hat Clip-Anami 60 Millionen Klicks, Leute. Gönnt euch mal. Aber ja, ihr müsst dafür englisch gönnen. Der mit der da hochklettert, oder ist der tief? Nee, du hast da den Link bekommen. Doch, doch, doch. Ich laber schon vom nächsten Mal. Okay, drei. Warte, warte, warte. Klick drauf. So, drei, zwei, eins, go. Ja, war okay. War okay. Nein, der war geil. Ey, war okay. Also, ja, ging. Also, bin ich mal geschmunzelt. Ein bisschen geschmunzelt habe ich. Achte mal drauf. Das ist aber für... Ich sag dir ganz ehrlich. Ich dachte, jetzt kommen hier richtige Bomben, die du hier reinkloppt. Junge, der war auch erst mal zum Dehnen so. Aber... Okay, gut, okay. Jetzt kommt die erste. Jetzt kommt... Oh mein Gott. Also, wenn du hier nicht lachst, dann läuft... irgendwas falsch, glaube ich. Ja, okay. Das ist wirklich... Das ist wirklich schon ein ganz schmutziger. Das ist einer aus ganz tief. Der mit den kleinen Jungs, oder was? Der mit den kleinen Jungen, genau. Okay. Okay. Drei, zwei, okay. Warte, warte, warte. So jetzt. Okay, ready. Drei, zwei, eins. Was? Drei, zwei, zwei. Sind ich heute. Möich nicht mehr. Auf mein vulnerabilities. Ohohohoho! Ahhhh. Alter, was? Ey, hatte es richtig lustig! Dafür, dass du sagst, jetzt komm ich. Dann bin ich. Voll geil hier, jetzt komm ich. Der kleine Junke da steht, der Vater bei hinten angeradelt kommt. Das war, Leute, was? Schreibt mir in die Kommentare, das war doch nicht witzig. Warte mal, wir gucken jetzt den Clip nochmal an. Das war über lustig. Die stehen da, er kommt. Schon alleine wie er da angefangen kommt. Das ist eher lustig. Ich glaube, dir muss mal jemand zeigen, was wirklich lustig ist. Ey, der war schon gar nicht so schlecht, Alter. So, jetzt habe ich ja gerade schon mal angeschnitten. 60 Millionen Klicks. Leute, hast du das erste Mal gesehen? Einmal gucken, ob ich den kenne. Kenn ich noch nicht. Oh mein Gott, korrekt. Hör auf den Text, du musst Englisch können. Ja gut, ich kann ja kein Englisch. Kannst du gar kein Englisch? Nee. Halt's im Maul. Ein bisschen, Digga. So, hello, what's my name? Und so, my name is Philip. Äh, ja. So dritte Klasse eigentlich. Nein, okay. Ich kann ja so ein bisschen erzählen, die fragt den jetzt einfach so, ja, wegen seinem coolen Zombie-Kostüm. Ja, 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 ich verstehe das schon, Digga. Einfach reden, ich verstehe schon. 3, 2, 1, go. Back here live at the Waterfront Village with my friend, the zombie, Jonathan. You're looking good, Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. I like turtles. Alright, you're a great zombie. Good times here at the Waterfront Village. Open for the next 11 years. Was ist das? Das passt doch schon gar nicht, Digga. Es hat einfach nichts damit zu tun. Es ist Halloween. Er hat ein Zombie-Kostüm. Er sagt, ja, ich mag Schildkröten, Digga. Aber dieses I like turtles kann ich schon irgendwoher. Ja, der Junge war ein Meme, Alter. Der Typ ist eine Legende. Warte, warte. I like turtles. Okay, der war schon echt gut gewesen. Er war schon okay. Aber noch nicht so klar. Es war so ein normaler noch. Jetzt. Also, warte mal. Ich mach mal den selber jetzt auf. Der, Digga, der war lustig. Das ist jetzt, by the way, dein letzter. Wenn der jetzt nicht wirklich krass ist. Digga, der ist lustig. Der ist wirklich lustig, finde ich. Der geht auch ein bisschen länger. Der ist ein bisschen was zum Ziehen so. Okay. Bist du bereit? Ja, okay, komm, ich bin ready. 3, 2, 1. 12, 3. Dn, ein bisschen fäng留' 12, 3. Sch arbitr because, businessli. Ok, eu 갔 von uns. Super, char was, sagt mir, fängt unter eins. Wann, du warte, ihr dreist perder mich, savoir es auch bisher, das nicht wichtig. Wenn du Bonus vergiss thee? 4, 4. 5, 5, 5, 6! 6-4. 5, 6, 3 die Forts ich wusste das nicht. 5, 6, 5, 7. 7, 8-6nemuterst. Steclick in dieser Jerem Givenk settle warm tidak. 5, 7, 8. Oh, oh! Oh! Gott, du warst für ein Typ! Ja, Mann, den Stuhl auf ihn schlägt, ja, das ist so lustig. Der geht einfach hin und BOOM! Junge, was? Vor allem so richtig schlecht, Alter. Der klatscht ihn einfach weg! Der klatscht den eiskalt weg, weil er am Telefonieren war oder so, ne? Ja, ja, am Telefonieren. Junge, was ein Typ, heftig, geil, okay. Aber ich glaub das ist so gestellig gewesen, aber das war lustig. Aber der war Killer, der war richtig Killer. Junge, ich hab grad so damit gerechnet, dass dieser kleine Junge irgendwie kotzt oder sein Eis irgendwie sowas. Aber nicht, dass dem einfach den Stuhl übergehauen wird. Okay, der war schon krass. Aber gut, ich hau jetzt noch den letzten und den nächsten raus. Okay, der entscheidet. Der entscheidet, das ist voll so behindert, ich weiß nicht, Digga. Pass auf, ich hab noch einen, den mach ich noch so als Zusatz am Ende, der zählt aber auch nicht mehr. So, und jetzt den hier, das ist ein Song von einem alten Kollegen von mir. Der hast du reingesandert? Hast du dich reingesandert? Doch, hier aus meinem Heimatland. Sag, wann du ready bist, bei 29 Sekunden. Das ist Energy oder was? Nee. Ja, Energys Vater. War eine Werbung. Ja, guck erstmal die Werbung, man muss ja gönnen auf YouTube heutzutage. Okay, ja, bin bereit. Okay, drei, zwei. Warte, 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 meinst du ich muss hier lachen? Meinst du ich muss hier wirklich lachen? Du musst da lachen. Zu 100 Prozent. Ich weiß über das Lachen, ja. Okay, gut. Drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast zweimal gelacht und ich hab nur einmal gelacht. Ja, das war ein krasser Granatenwumpfisch. Irgendwann kommt zu deinem Clip. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle habe ich dann auch die heutige Folge gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig übel, Mann. Wäre mir auch, wenn ich verloren hätte, mal wieder. Aber gut. Was soll ich sagen, Leute? Ich würde mal sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Da schaut auf jeden Fall auch bei Philipp vorbei. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Danke, dass du das auch nochmal erläutert hast. Auf jeden Fall schaut bei Philipp vorbei. Wenn ihr Bock auf geile Fortnite-Videos habt, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein. Willst du noch irgendjemanden grüßen oder so? Deine Mutter. Ja. Ja, das war der Unwäxer. Hahaha. Ciao.